Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute möchte ich euch das neue GIO 10 White Ambience & Color Leuchtmittel vorstellen. Wir schauen uns aber vorweg erstmal die Verpackung an, damit ihr seht was euch da erwartet. Hier oben rechts sieht man es schon. Die neue Generation, die letztes Jahr auf den Markt kam, bietet ab sofort auch die Möglichkeit es per Bluetooth einzubinden. Das bedeutet bis zu 10 Lampen können ohne Philips Hue Butch mit dem Handy oder Tablet verbunden werden und so einfacher gesteuert werden. Es wird also keine Butch mehr benötigt, sondern auch für kleine Räume für Nutzer, die nicht unbedingt eine Butch möchten, eine echte Alternative in der Steuerung. Dafür fehlen aber einige Funktionen, die mit der Philips Hue Butch möglich sind. Jetzt schauen wir mal auf die Rückseite. Das Leuchtmittel bietet 350 Lumen an Händigkeit. Die Fahrtemperatur kann von 2000 bis 6500 Kelvin eingestellt werden und der Verbrauch liegt bei 5,7 Watt. Das vorweg. Jetzt schauen wir uns mal die Unterschiede mit dem alten Leuchtmittel an, denn dort gab es auf jeden Fall einige Verbesserungen, die wirklich gut gelungen sind. Auf der rechten Seite sieht man es schon deutlich kleiner als das alte Geozehn Leuchtmittel. Wenn ich das einfach mal jetzt so nebeneinander halte, sieht man schon, dass dort ungefähr ein bis zwei Zentimeter in der Einbauhöhe gewonnen worden sind. Warum das Ganze? Viele hatten sich beschwert, dass wenn das Leuchtmittel in der Fassung eingedreht ist, in Deckenlampen, wo auch immer, dass es oben heraus guckt und das ist natürlich nicht optimal, wenn man das Leuchtmittel nicht sehen möchte. Gerade bei Deckenspots, die eine Abdeckung haben, kam es immer wieder zu Problemen, dass das Leuchtmittel dort gegen kam und nicht richtig verbaut werden konnte. Das hat Philips jetzt auf jeden Fall deutlich besser gemacht. Die Einbauhöhe ist, wie man sieht, deutlich kleiner geworden und man fühlt es auch deutlich leichter. Ich habe zwar keine Waage hier, aber ich würde sagen, schon fast um die Hälfte leichter geworden. Es gab nämlich auch Deckenlampen, die zehn, zehn nicht, aber ungefähr sechs bis acht Spots verbaut hatten und dort wurden dann, wenn dann zehn Lampen verbaut sind, ist das Gewicht natürlich schon sehr groß gewesen. Zwar nicht gefährlich, aber trotzdem wirkte dann dort schon ein Gewicht auf die Lampe, denn leicht sind diese Einbauspots auf jeden Fall nicht gewesen. So, des Weiteren, die Helligkeit habe ich gerade angesprochen. Das neue Leuchtmittel ist 350 Lumenhell, das alte war nur 52 Lumenhell und die Neuerung, die worauf wohl alle gewartet haben, ist die Farbwiedergabe. Das alte Leuchtmittel hatte dort nämlich erhebliche Probleme bei den Farben Grün, Gelb und Blau. Blau ging eher ins Türkise über. Grün war eher so ein Grasgrün, also Hellgrün eher gesagt. Schon teilweise ins Gelbe übergegangen und bei Gelb, Herr Gelb konnte das Leuchtmittel fast gar nicht darstellen. Gerade in Verbindung mit der Kopplung mit einem Philips Hue, ähm mit einem Amulite Fernseher, kam es dort dann halt immer zu Farbunterschieden. Das soll jetzt mit dem neuen Leuchtmittel nicht mehr sein. Ähm, die Farben können jetzt hier deutlich besser dargestellt werden. Ähm, alle Farben sind von der Farbintensität, äh, deutlich besser. Selbst mit der neuen Generation der E720 Lampe passen die Farben jetzt und ähm, es war eigentlich ein Schritt, der lang überfällig war und jetzt finde ich es eigentlich sehr gut, dass Philips das umgesetzt hat. Zwar hat es lange gedauert, aber jetzt ist das neue Leuchtmittel auf dem Markt und ähm, ja. Nutzer, die das alte noch im Gebrauch haben, müssen jetzt irgendwie zusehen, ob sie umwechseln oder ob sie mit den Anführungsstrichen Macken des alten Leuchtmittels leben können. In nicht jeder Situation braucht man halt auch knallgrüne Farbe, sondern da reicht vielleicht auch so ein leicht grünes, äh, eher gelbes Licht. Aber bei, wie gesagt, bei Amulite Fernsehern oder bei U-Sync, wenn man das mit dem PC verbinden möchte und die Farben zum Bild wiedergegeben werden sollen, dann sollte es auf jeden Fall schon mal in der Farbe passen. Um euch das Ganze jetzt gleich nochmal im Video zu zeigen, ähm, schraube ich die kurz mal rein hier. Jetzt leuchten beide Leuchtmittel schon mal und, ähm, ja, so würde man die Farben jetzt nicht besonders gut sehen. Deswegen werde ich das nochmal nach hinten an die Wand stellen und euch die Farben durchspielen und noch ein paar Worte dazu erzählen. Ja, ich habe das Ganze jetzt nochmal ein bisschen umgebaut für euch, ähm, wie ihr gehabt habt, auf der linken Seite das ältere Leuchtmittel her, also was schon mehrere Jahre alt ist und auf der rechten Seite die neue GO-10-Generation der weiß- und farbigen Lampe. Also, jetzt gehe ich einfach mal in den roten Bereich über, ähm, hier ist eigentlich noch beides gleich. Bisschen nach rechts in den gelben Bereich rüber. Es sieht zwar jetzt so aus, wenn das alte Leuchtmittel etwas heller ist, aber das täuscht, ähm, das rechte Leuchtmittel, also die neue Generation, hat einen besseren Abstrahlwinkel und deswegen wird das Licht besser verteilt im Raum. Rechts mal in den grünen Bereich rein. Ich glaube, jetzt sieht man es ganz deutlich, dass das neue Leuchtmittel grün deutlich besser darstellt. Ähm, auf der linken Seite ist es eher so blass, also kein richtiges Grün. Wenn man dann natürlich das Leuchtmittel mit, äh, anderen Philips Hue Leuchtmitteln der neuen Generation, äh, gleichzeitig nutzt, hat man auf einmal dann so einen hellgrünen, äh, Streifen an der Wand, den man eigentlich gar nicht haben möchte, sondern eigentlich ein sattes Grün oder als Beispiel auch mit dem, mit dem Fernseher verbunden oder U-Sync, ähm, genutzt, äh, hat man hier dann halt einen deutlichen Unterschied zu der Farbe auf dem Monitor. Gehen wir weiter in den blauen Bereich rein. Ähm, Gehen wir mal hier so ins blaue. Ich glaube, hier sieht man es ganz gut, dass das neue Leuchtmittel auch blau deutlich besser darstellt. Das linke, also das alte, ähm, geht eher ins türkise rüber. Ähm, ja, das ist halt, diese Farben wirken alle so ein bisschen ausgeblasst, so nicht richtig satt. Gehen wir nochmal in den lianen Bereich rüber. Gehen wir mal nach oben. Also hier gibt es komischerweise nicht so große Unterschiede. Mehr jetzt sieht man es halt vielleicht, dass das rechte doch einen kleinen Tuck satter aussieht von der Farbe her. Und jetzt sind wir wieder bei rot angekommen. Also rot ist eigentlich gleich bei beiden Leuchtmitteln. Die Probleme bestanden vorwiegend bei blau und grün. Ähm, gelb auch so ein bisschen. Das hat Philips jetzt besser gemacht. Und die Farben werden jetzt deutlich satter dargestellt. Ähm, weiß ist auch noch gleich. Ja, das waren jetzt auf jeden Fall die Farbunterschiede zwischen beiden Lampen. Was jetzt anders ist bei dem neuen Leuchtmittel. Falls ihr Fragen habt zu dem Leuchtmittel, zur neuen Generation, aber auch zur alten Generation, äh, falls ihr an was wissen möchtet, schreibt es in die Kommentare, meldet euch gerne. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.